. Ah, hier ist das also. Aber hier, trinken Sie einen mal. Ja, trink erst mal einen mit. Auf den Durst. Richtig so. Ah, doch nicht. Hallo, du Arschgeige. Na, wie geht's? Du Arschgeige? Ja, ich hab mir einen lockeren Umgangston angewöhnt. Ich war in Paris. Dort spricht man so. Du, Arschgeige. In Paris? Ja, ich hab auch viel gefickt dort. Das ist die Stadt der Liebe. Aber das kannst du dir denken. Machst du ja auch mal. Hä? Hä? Da sind lauter Arschgeigen. Du lernst schnell, mein Kleiner. Jetzt fangen wir alle so an, so zu sprechen. Das ist Mode. Das ist Mode aus Paris. Du solltest es dir auch angewöhnen. Arschgeige ist das neue Wort. Hm. Jetzt mal. Jetzt hört man zu, ihr Arschgeigen. Es ist Schluss hier mit der Versammlung. Kennst du's auch schon? Warst du in Paris? Ich war in Paris. Ich... Komm, hau dir mal eine. Das kann nicht sein, diese Worte. Ah, nee. Bist du verletzt? Ach, diese Worte. Hast du... Bring mich, bring mich bitte nur einmal nach Paris noch. Bitte. Ich will da nicht mehr... Ich will... Sind das auch wieder diese neuen Worte? Diese Begriffe, die ich nicht kenne? Ah! Ich möchte gerne ein Wörterbuch vielleicht besitzen aus Paris. Ein Wörterbuch? Ja, sowas habe ich. Aber ich werde es Ihnen nicht geben, weil Sie meinen Kumpel erschossen haben. Deine Wörterbuch. Wie ist das? Vielen Dank.